Was ist der Berliner Goldhut? Möglicherweise von Buiden oder Priestern in der späten Bronzezeit. Wir datieren es etwa um 1000 vor Christus in dem Kontext wahrscheinlich eines Sonnenkultes. Ob es aber tatsächlich im Rahmen von Ritus oder Zeremonien getragen wurde, wissen wir nicht genau. Wir wissen aber, dass es sich um einen Kalender handelt. Denn wenn Sie die Zeichen und die Anordnung zu lesen wissen, ist klar, dass es sich um einen Sonnen- und Mondkalender handelt, der Ihnen zum Beispiel Dinge wie eine Mondfinsternis voraussagen kann. Amen. 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 Vielen Dank.